Ich finde es super, wie viele Mitglieder hier sind und nutzen die Chance, Norbert Röttgen und Armin Laschet zu hören. Beide starke Kandidaten, die tolle Reden gehalten haben und eine intensive Diskussion. Den Mitgliedern brennen Themen unter den Nägeln und dass die heute hier angesprochen werden, diskutiert werden, das zeichnet eine lebendige Volkspartei aus.